ARD Text im Auftrag von Funk Kim, das ist total normal, dass man beim ersten Mal Angst hat. Ha, Süßer? Hey, ich hab keine Angst und hör auf mich süß zu nennen, sonst hau ich ab. Hörst du mir zu? Ja, Mann. Hey, entspann dich. Was soll das? Ich pass schon auf dich auf. So, Kamera läuft. Herr Mann, muss das jetzt sein mit der Kamera? Na klar, ist schließlich dein erster Flug. Start klar? Ja. So, du beugst dich vor, auf drei rennen wir los und dann, dann kriegt der Schirm richtig Luft und dann geht's ab. Hast du mich verstanden? Mann, ich bin doch nicht blöd. Start klar? Ja. Jetzt geht's ab. Eins, zwei und jetzt lauf los. Drei. Und jetzt geht's ab. Oh, ist das geil. Guck mal, Kim, guck mal, da unten, der Bauer. Ach, cool. Wie klein ist es. Hey, da wohne ich. Wo? Da hinten, das Haus. Ey, ist das klein. Boah, krass. Oh Gott. Oh Gott, wie kommen wir wieder runter? Nie mehr. Boah, ey, was schrammst du denn die ganze Zeit da rum? Ja, was? Mann, ich dachte, wir gucken jetzt noch Sonnenuntergang. Und knutschen ein bisschen? Nee, wir müssen erst aufräumen. Hier, deine Jacke. Und dein Basecap nicht vergessen. Hä? Willst du jetzt die Kamera in den Abgang runterschieben, oder was? Du bist so eine Checkerin. Komm, hilf mir doch mal zusammen, macht es mehr Spaß. Geile Sachen mit dir, Ausflüge zu machen, Deines. Ich hoffe, du holst mich wieder mal ab. Oh, was für ein Kick. Alles okay, Kim? Klar. Ich hatte nur noch keiner ein Auto für mich versenkt. Ich mag dich. Süße. Ich mag dich auch. Ja, und dann haben wir uns geküsst. Krass. Ist ja voll romantisch, ey. Ja. Bist du doch sonst gar nicht, Kim. Dich hat's ja fett erwischt. Kann sein. Gib mal bitte Abdeckstift. Warte. Hier. Gib. Und wie ist dein Dennis sonst so drauf? Was meinst du denn jetzt? Ja, hier, von wegen nationale Gesinnung und so. Keine Ahnung. Wie? Ey, Nicole, es gibt Typen, da musst du sowas nicht fragen. Das weißt du einfach. Der ist nicht so ein tolerantes Opfer. Dennis ist ein richtiger Mann. Da hat er selbst Ralf einen Eimer dagegen. Verstehst du? Hey, da drüben. Hör mal. Gott. Das ist Ralf. Alter. Das klingt, als würde er gerade eine Menge Spaß haben. Hey, lass mal rüber gehen. Ich hab richtig Bock mitzumachen. Warte, warte. Mein Lippenstift, ist der gut so? Äh, ja, perfekt, Jesschen. Jetzt beeil dich mal. Okay. Los, schnell. Los, schnell. Los, schnell. Ey, Erik. Erik, halt ihn fest. Was ist denn los? Er hat uns voll blöd angeklotzt, Mann. Was besseres wäre? Wahrscheinlich so eine Schwuchtel. Holst du gleich sauber? Nee, nee, nee. Danke. Das ist voll geblutet. Hey, Ralf. Willst du gleich noch? Ja, schön aufs Maul dem Arsch. Hey, Mensch, Ralf, lass uns auch noch was üben. Was ist denn übrig? Was denn? Kim? Willst du auch mal, oder was? Ja, natürlich. Na los, ergib ihm. Ja, wir wollen beides. Ja. Die Eier, los. Oh nein, das ist doch jetzt nicht wahr. Dennis. Scheiße. Scheiße! Ich sitze.